Also sowas habe ich persönlich noch nie auf YouTube erlebt und demzufolge werden wir die Ersten sein. Hey, hi, mein Name ist Lina und willkommen zu einem neuen Video. Kennt ihr die Situation, wenn ihr so einige geheime Botschaften mit euren Freunden, zum Beispiel per WhatsApp oder Instagram, teilen möchtet und dabei Angst habt, dass jemand anderes diese Nachricht sieht? Zum Beispiel FBI, KGB oder noch schlimmer, eure Eltern oder Geschwister? Gott, schütze uns davor! Ja, ist es euch bekannt? Dann seid ihr hier genau richtig. Für dieses Problem habe ich eine perfekte Lesung gefunden. Aber bloß keine Panik, dafür müsst ihr nicht euer Haus verlassen oder euch sonst noch irgendwie viel bewegen. Ihr könnt ruhig ausatmen. Gut, doch wie funktioniert es dann? Eine eigene Sprache zu entwickeln wäre zwar mega nice, aber etwas zu kompliziert. Und da wir Menschen faule Wesen sind, habe ich eine viel simplere Methode gefunden. Und was für eine? Emojis! Einfach und sicher. Aber fangt jetzt bitte nicht an, eure Freunde mit irgendwelchen Emojis voll zu spannen. Zuerst müsst ihr euch natürlich zusammensetzen und ein paar Regeln aufstellen, nach denen das Ganze ablaufen wird. Als Beispiel dafür habe ich 10 geheime Emojisätze aufgeschrieben, die wir gleich nacheinander durchgehen werden, um es besser zu verstehen. Ach ja, und bevor ich euch die richtige Antwort verrate, drückt auf Pause und schreibt eure Vermutungen unten in die Kommentare. Wie zum Beispiel diese Nachricht hier. Was könnte das heißen? Und hast du schon irgendwelche Ideen? Das heißt so viel wie... Meine Mom hat heute Frühschicht, also schwänze ich die Schule. Und die Antwort auf diese Nachricht ist... Lass dich nicht dabei erwischen, sonst... Oder auch so eine Nachricht, die man zum Beispiel in den Klassenchat schreiben kann, wenn dort auch Lehrer dabei sind. Was soll das heißen? Ja, das heißt, Frau Müller hat mich und deswegen hat sie mir eine 6 gegeben. Und die Antwort darauf ist... Ja, ich liebe diese Frau auch sehr. Die nächste Nachricht ist für einen Freund gedacht, der einfach keine Grenzen kennt. Was sind eure Vermutungen dazu? Ach Leute, das ist so einfach. Das soll heißen, ich kenne dich viel zu gut, also übertreibe nicht bei der Party. Und der Freund antwortet... Lass mich, du bist nicht meine Mutter. Weiter geht es mit einer Nachricht, mit der man mitteilen möchte, dass eure Freundin heute etwas schlicht drauf ist. Diese Nachricht ist ganz simpel, Leute. Das soll heißen, meine Freundin ist heute nicht zu gut gelaunt. Lass uns lieber bei dir treffen. Easy peasy lemon squeezy. Dann mal wieder ein sehr aktuelles Thema, der ja bald wieder Sommer ist. Das schafft ihr locker. Kommt, denkt nur ein paar Sekunden nach. Was könnte das heißen? Und das, meine lieben Freunde, heißt, bald habe ich Urlaub und muss langsam mit Sport beginnen. Und die Antwort darauf ist, du bist aber ein Optimist. Next one. Wenn du Hilfe brauchst und nicht weißt, wie du das am besten schreiben sollst. Oder auch, kurz gesagt, der Schleimer. What could it me? Und das bedeutet, du bist mein Engel. Du bist mein Sonnenschein. Du bist für mich wie Zuckerwatte. Oh Mann! Ich habe dir schon tausendmal gesagt, ich werde dich nicht meine Hausaufgaben abschreiben lassen. Oder auch, wenn dein Freund hier auf den Keks geht und du ihm auf nette Art und Weise sagen willst, dass es nicht so weitergehen kann. Ich weiß, wo du wohnst, du kleiner Scheiße. Bitte um Gnade, ich bin schon unterwegs. Easy. Und dann gibt es auch noch sowas. Wenn dein Freund dich besuchen kommt und für lange Zeit die Toilette besetzt. Was denkt ihr, habe ich gerade geschrieben? Mhm, genau. Wenn du jetzt nicht sofort rauskommst, wird etwas in meinen Hosen explodieren. Und ich habe erst gestern mein Zimmer geputzt. Und wenn man einfach keinen Bock auf Schule hat, dann schreibt man sowas. Bitteschön. Scheiß auf Schule, ich werde meinen Traum leben. Cherry, cherry lady. Und die letzte Nachricht geht an deinen besten Freund, die du aus Versehen an eine falsche Nummer schickst. Oh my God. Und dann kriegst du als Antwort, Lina, hast du etwa Fieber? Soll ich dich vielleicht heute von der Schule abholen? Ja, dazu könnte ich noch tausende Beispiele nennen, aber ich habe etwas Besseres vor. Lasst uns lieber zusammen ein kleines und lustiges Spiel beginnen. Schreibt einen Kommentar nur mit Hilfe von Emojis. Und versucht dann bei anderen Kommentaren zu erraten, was das heißen könnte. So dass wir quasi einen gigantischen Chat starten und miteinander kommunizieren. Also sowas habe ich persönlich noch nie auf YouTube erlebt und demzufolge werden wir die Ersten sein. Ich werde natürlich auch mitmachen. Abonnieren nicht vergessen.